hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren folge hier bei zappen des die neue aufgabe aktivieren punkt aber das gefallene gebiet ja mein haus hat sie mittlerweile schon verbessert ich habe eine zufahrt gebaut und bin beim todel bei kleinen tollen hauptstraße und hier ist die kleine siedlung also also hier interessant alles im grünen gebiet die aktiviert mal hier wer grüß mal gucken wir sind bücher das war ganz gut und zombies und zombies aber blau hätten auch und das hier umsparen jo ich finde das an Dann nehmen wir an. Geh mal hier weiter. Oh, Schlange. Munition ist in Arbeit. Aber ich komme nicht hinterher. Wenn wir den Hochschlauch fördern und so, da ist einfach so viel zu tun. Warst du, ich glaube, zu essen? Problem. Oh, der Molkzug. So, das ist mal die leichte Beute. Oh, der ist gut. Eins, zwei, neu, neue Cluster. Böse. Böse, böse. Ist hier was zu holen? Oh, der Blut. Küche. Machen wir zu, ne? Ach, Blei. Ja. Ja. Machen wir. Aber. Machen wir. Ein Doll hier. Kannst hier noch nichts konzentrieren. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Machen wir. Sonst kommen wir unseren Franken, ne? Machen wir? Komm meine Schweine! in die ruhe jetzt aber schnauze da war der schoss ablegen die ruhe bücher sind gut sie hat noch gefehlt die kommt doch nicht alleine fürchte dass sie nicht reinkommt wo das da haben wir die scheiße gut ganz kurz das gepäck los werden wir entbehren können das sind die bücher stückchenweise was lernen das kann man nicht warum nicht lernen erst mal ein steinspeer ja klar das sind dinge die man nicht brauche also ich muss nicht also kann jeder für sich entscheiden gute frage gibt es hier noch eine höhe ja 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 wahnsinn die burschen kommen aber erst an wenn du hier bist das war nicht so die lampe hier her 28 maschinengewehr kamera da kann man sich gewinnen generat das haben sie gemacht experiment so aus dann ziehen wir auch in kummer irgendwann die Komm schon! Uh oh. Infektion haben wir klar. Gehen wir hier mal rein, ne? Erstmal. Gut, Infektion erstmal, Bahnzeug. Man kann ja nicht schauen, ne? Ein paar Arme gebrochen oder Beine. Ah, reparieren. Der ist den ersten Markt auch gesund. Äh, wir haben noch Munition da. Oh, die andere. So. Mal gucken, mal einen guten Kratz vor der Raum. Können wir auch nehmen. Jetzt können wir leeren. Soll ich zum Handler aber erstmal Beute einsammeln hier, ne? Ja, da muss ich leeren, ne? Das ist ja all nix. Können wir ja nicht das hier zurücklassen. Das wäre ja zu schade. Außer die Luft läuft besser. So. Der ist ziemlich kaputt. Uhrzeit? Äh, Uhrzeit. Halbtot soll man nicht irgendwo rumlaufen, ne? Das verstehe ich nicht. Einmal. Wir nehmen den Nebel auf. So gibt's hier kein Nebel, keine Zombies und so, ne? Sind wir da. Ja, es geht vorwärts. Und erst einmal. Zement brauchen wir es nämlich garantiert öfters. Was gibt's da oben schönes? Gehen wir langsam, ne? Einbruch und Infektion, da wird ja langsam, da haben sich versteckt drin, ne? Oh Mann. Wacken habe ich noch nicht. Das sind Mods. Das sind Robotic-Teile. Äh, habe ich auch nicht gebaut. Leben kann raus. Aber wegen einem Knochen wollen wir auch nicht flippen. Das ist nicht genug, gar nicht. Hier oben ist nun weiter nichts. Oh, Werkbank. Messing. Ganz wichtig. Raumflug. Ja, gut, aber ich habe einen nur. Hätte ich finden müssen. Boah. Ja. Jetzt haben wir nicht dabei. Papier können wir raushauen. Den haben wir ja. Kann man ja zerlegen, ne? Einmal ist ja so, dass man einen zweiten braucht, aber... Flieger kommt. Na, das ist ja. Ja. Mal gucken, wo der Flieger landet. Bei Brustlung. Man weiß ja auch so ein Teilsrenne. So. Ja, ich hatte ja letztes Mal einen Abschluss gehabt. Habe ich schon gesehen. Ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls, äh... Denken wir auch nichts bei. Eine Kiste gesucht, ne? Auch gefunden. Und fahr da mal so hin. mit einem Wobbit. Und... Naja, jedenfalls... Angekommen und macht die Kiste auf. Und... Plötzlich... Absturz. Also das Spielprinzip komplett. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. Sieht aus. In den Briefkästen mache ich dann mal alleine. Weil da sind gar keine Bücher drin. Äh... Jedenfalls... Spielsfangsweise beendet. Ging ja nicht anders. Es war ja alles, äh... Festgefahren. Sehenfalls... Ich das Spiel neu geladen. Moped weg. Wo ist Moped? Ich habe ja schon mit abgefunden, dass ich ein neues bauen muss. Dachte mir nur... Oh. Ähm... Motor hast du jetzt. Aber nicht dabei. Also nicht im Gepäck irgendwo noch. Ja gut, dann muss man Autos verlegen, ne? Ich in Autos verlegt. Einen Motor gefunden. Also auf der Straße im Prinzip wo... Äh... Wo ich hingefahren bin. Da bin ich dann zurückgelaufen. Wollte so zum Haus. Jedenfalls, äh... Unterwegs. Da sehe ich dann mein Moped liegen. Ist da. Wieder mal. Also... Da war der irgendwie so beim... Im Spiel dort abgelegt. Also äh... Gespeichert. So. Jetzt kommt... Äh... Äh... Mal gucken. Habe ich Platz drinnen? Na nicht. So. Das können wir nicht zerlegen. Bleibt schon. Das könnten wir essen. Müsst ihr sowieso noch ein bisschen was äh... Jetzt, ne? Diese... Aufbauen, ne? Also... Das können wir gleich mal lesen. Das bauen wir hier rein. Das bauen wir da auch rein. Mal gucken. Aufmachen gleich. Zwei Stück. Ja, sonst wird den kannst du vergessen. Aber... Ja... Heidel wäre haupten freigeschalten. Na ja, in der Hände. Äh... Untergefahren. Das... Bücher. Auto, ne? Allgemein. Fahrzeug. Geht ja auch Richtung Teil bauen können per Motorrad. So... Das soll schon vorher gewesen sein. Die Mission ist erledigt. Die Belohnung hole ich mir ab. Es ist nicht weiter... Nicht weiter dramatisch. Äh... Mal schauen. Bleibe ich euch dazu holen und dann... zusammenstecken, ne? Zusammenschneiden. Ja, tschau, tschau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Also... Bis nachher, ne? Genau, genau. Da bin ich wieder. Yo! Händlereien, Fragen oder... Ballonungabgolung. Gleich einen neuen Auftrag. Für das nächste Mal. Und... Ich hab da oben aber eine schöne... Buchhandlung gesehen. Das würde sich richtig lohnen. Aber... Mal schauen wir uns, wie... Aufträge hat hier. Oh! Dietrich-Mundes hier. Dietrich-Mundes hier. Dietrich-Mundes hier. Wir nehmen die Mundes hier ab. Bücher sind wichtiger. So. Be... Befallene beseitigt. Abholen, säubern. Posten. Je weiter weg, umso besser ist die Belohnung. Also... Von daher ist es immer nicht schlecht. Äh... Mal gucken. Weil er hat es verkaufen. Das Gold habe ich nicht dabei, ne? Passt höchst ein Buch rein. Gucken mal... Feuerwehrmann. Auto. Das war schon mal wichtig. Platz habe ich jetzt keinen. Mal gucken, was ich da verkaufen kann. Das kann ich verkaufen. Wollen wir nicht. Das haben wir noch Schönes. Äh... Feuerwehrmann. Bauplan. Bauplan. Das sind Roboter. Hier. Kriege ich zwei gekauft. Ja. Aber irgendwann muss ich oben eine Verstärkung haben, ne? Band. Keit Platz. Ärgerlich. Das können wir verkaufen. Wird aber nicht alles angenommen. Also... Ja, gut. Das war nicht so dramatisch. Oh... You wanna guarantee, huh? Well... Maybe you should try... Schau. Tschüss. Ja, äh... Ist immer mein... Ich werde jetzt ein bisschen noch Wasser holen. Von... Vom alten... Von alten Quelle. Und dann... Die Bäume halt... Äh... Noch fällen. Weil ich Holz brauche. Und einräumen alles. Und dann nachts mal schauen, dass ich da drinne was... Äh... Erz oder Blei oder irgendwas... Äh... Machen werde. Äh... Vorbereiten. Also... Wenn wir Beton herstellen und so. Und dann... Äh... Zur nächsten Mission. Also... Wir fallen im Gebiet. Oder ich werde dann wieder kurz vorher ab. Weil das Bauen an sich ist ja auch nicht so interessant, würde ich meinen. Aber ich kann euch mal ganz kurz die Auffahrt zeigen, die ich bisher gemacht habe. Ist noch nicht ganz fertig. Äh... Äh... Von hier komme ich auch nicht hoch. Aber... Hier sind alle Bäume die auch gepflanzt. Die da auch. Äh... Schon... Äh... Gut. Also brauche ich ja auch dafür. Also... Warum? Muss noch ein bisschen ausgebaut werden. Dass die... Halt im Haus... Äh... Äh... Die Unterhöhung können. Und... Ist dann halt schon mal ganz gut. Hier müssen sie weg. Auch den Blutmutt kamen sie alle von hier. Also das ist nicht gesagt, dass ich von da mal kommen muss, ne? So... Und hier ist die erste Auffahrt. Also... Weil ich immer schlecht hochgefahren bin, habe mir gesagt, Mensch, das ist doch ein Scheiß. Dann nimmst du jetzt einfach hier... Hier drunter ist auch nicht drüben langfahren, ne? Da brauche ich nicht so... Und links von rechts muss ich das mal tun. Was du genau? Na hier... Wir müssen noch links hin. Hier ganze fallen. Hier auf. Bei denen ihr Stahl habt, kann dann in die Stahlkür reingebaut werden, ne? Oder so. So was hier. Das ist ganz gut. So ist Moped auch sicher. Ne? Ja. Ist das soll schon voll gewesen sein. Die nächste, wir schauen uns wieder hinten irgendwo. Äh... Äh... Karte. Da. Da. Das ist so ein Gebäude. Passt. Hier ist Krankenhaus. Da ist ein Haus immer für sich. Hier oben ist die Bibliothek. Die können wir da auch mitmachen. Na ja. Dankeschön. Tschau. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Und wie gesagt, Wünsche äußern, was ihr haben wollt und sehen wollt. Äh... Glutmode habe ich letztes Mal gemacht. Also... Die Folge... Die waren dann schon. Weil die anderen waren nicht allzu gefährlich. Da habe ich mir gedacht, naja. Jetzt ist das hier einigermaßen fertig. Und... Ist nicht perfekt. Aber... Besser wie nix, ne. Ne. So eine Konstruktion, was nicht fallen kann ich noch nicht bauen, ne. Nur mal abwarten, ne. Später vielleicht... Hier kann man so einiges bauen, ne. Ich habe so eine Rampe gebaut, aber das... Wir lassen doch hochkommen. Wir brauchen die lange für. Das ist, äh... Rampe schräge und... Zweifach abgesehen, ne. An sich dreifach. Hier müssen überall noch Gitter hin. Falls hier irgendwo reinkommen, dann kann ich mal bekämpfen, ne. Ohne, dass sie selbst mich an die Wäsche gehen, ne. So wie hier. Geht's auch. Tür zu. Und dann kann ich hier die immer noch bekämpfen. Also... Hier oben muss auch noch zu kommen. Die sprechen rüber. Und wenn alles schlimm ist, dann mach ich halt hier zu. Da schon Beton. Und dann... kriegen die paar... Ne. Kriegen sie ein paar Hörer über die Birne, ne. So. So soll schon eine Freude gewesen sein. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.